So, Nikolaus, ganz kurz, an der Mauchregenfurt, ein leutes Wort für das Teilnehmerfeld der 13. Mittellaufserie hier in München und der Park. Ich wünsche euch einen schönen, ich liebe das Wort, der Inside-Weck-Abgang, der Rettung der Westen, der Ruppe auch ein, das würde ich gerne mitgeben. Der Preis ist ganz obanglich. Und ich möchte sagen, warum kann ich das 30-Milch-Schwerfer auf meinem Pärs, wenn man ihn als Erster, weil ich das reiche erkannt habe. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Peter, 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 Peter. Wir ziehen hier. Beide im Film mit 18er an der Windner aufs Serie wirklich in Wilkul. Ähneltes хорошо. Einebenen unten wobei wir endlich hier machen. Und da sehen wir, wenn wir nun einen Finger in den Ybers hart hier am Team. Auch alle Teams zwingen viel Spaß. Zum Beispiel ist es ein sehr wreckerciegel John Brown bis zum Wint oder world.... Und dann der Einträger von ihrem Laufcoach Peter Gottwald. Und dann der Einträger von ihrem Laufcoach Peter Gottwald. Und dann der Einträger von ihrem Laufcoach Peter Gottwald. Jetzt sind wir mit diesem Laufcoach vollständig auf der Strecke. Und das ist ein ganz besonderes. Hier ist er unterwegs. Vielen Dank.